Machen Sie doch einfach Gott zu Ihrem Geschäftspartner. Eines vorweg, mit Religion hat das, was ich Ihnen jetzt sage, nichts zu tun. Und wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Begriff Gott haben, ersetzen Sie ihn durch Universum, höhere Macht oder universelle Kraft. Dass es so etwas gibt, ist das Resultat jener Erkenntnis, die uns die Quantenphysik geliefert hat. Diese universelle Kraft steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Nutzen Sie, um Ihre Lebensziele zu erreichen oder aus Ihren Lebenskrisen wieder herauszufinden. Ich selbst habe beides erlebt. Ich war ganz oben und ganz unten. Und immer wieder konnte ich mich vom positiven Wirken dieser universellen Kraft überzeugen. Allerdings hilft diese Macht nur jenen Menschen, die den Stier furchtlos bei den Hörnern packen. Lassen Sie sich zeigen, wie Sie Gott gewissermaßen zu Ihrem Geschäftspartner machen können. Und wenn Sie das geschafft haben, was kann Sie dann noch aufhalten? Dieses Buch, Hilft Dir selbst, Hilft Dir Gott, hilft Ihnen in jeder Zwangslage, den einzig verlässlichen Verbündeten an Ihrer Seite zu ziehen, das Universum selbst. Alles.